Das heißt, ich kann hundertmal diesen Lichtpfeil machen. Ich gehe zunächst mal nach oben. Da ist sonst nichts, aber da drüben sind Gegner. Immerhin. Ach, die können da einfach drüber laufen? Dann lasse ich die doch einfach zu mir kommen. Dann können die ja einfach zu mir hier rüberlaufen kommen und dann mache ich die kaputt. Okay, diese Blockmöglichkeit ist anscheinend nicht stark genug, um Gegner effektiv und schnell zu zerstören. Deswegen muss ich weiter draufschlagen, aber es wird ja so programmiert. MacGyver befreit einen Vogel. Da ist ein Vogel, der vor Turbos Grabstein schläft. Nein, es ist der Vogel. Da ist ein Vogel. Er ist ein bisschen doof gemacht, dass man nicht immer gleich erkennt, ob die Stimme jetzt zu einem Charakter gehört oder ob das so quasi der Erzähler ist. Okay, zack, zack, zack. Da auch noch dran vorbei. So, den lasse ich mal im Kreis laufen. Das war noch nicht der letzte. Da kommt noch einer. Mindestens einer. Autsch. So, den hätten wir. Ach, noch jemanden zu befreien. Ich habe doch gar keine so große Auswahl. Ich kann mir das doch gar nicht alles einfallen lassen, wie die so sprechen. Maulwurf, äh, MacGyver befreite einen... Maulwurf befreite einen MacGyver. MacGyver befreite einen Maulwurf. So, da kommen jetzt alle noch mehr Gegner. Und das war das. Noch jemanden zu befreien. Oh Mann. MacGyver befreite einen Reh. Ich hoffe mal, dass von denen nicht allzu oft neue kommen oder dass sie nicht allzu oft immer wieder auftauchen. Dann, ich kann mir die Stimme ja nicht merken. Ne? MacGyver fand 60 Juwelen. Ich meine, ich vertone die, aber spätestens wenn ich den Knopf drücke, um die Aufnahmen zu beenden, ist es komplett weg. So, das hier ist wohl was für... oder von den Skorpionen. Ja, genau. Das muss die Skorpionhöhle sein. Ah, ja. Dann gehen wir da nach oben. Mal sehen. Da kommt ein Feuermensch raus. Ach, die Flamme ist doch doof. Okay, das war genauso blöd. Ich stürze mich da einfach mal rein. Okay, das ist der Weg nach unten. Den haben wir schon gewählt. Ich möchte jetzt aber zunächst mal den Weg hier nehmen. Denn, genau, der führt da hin. Wen haben wir denn jetzt befreit? Befreite ein Eichhörnchen. Jetzt, wo ich das Obst so sehe, bekomme ich Hunger. Irgendwie. Naja. Gibt ja, nachdem ich hier aufgenommen habe, werde ich mal schön was zu essen machen. Für meine Freundin und mich. Das ist abgehauen. MacGyver fing an, eine leise Stimme zu hören. Wir sind Flöße, die aus Ästen von Bäumen Greenwoods gefertigt sind. Wenn du uns nicht beweisen kannst, dass du aus Greenwood kommst, werden wir dich nicht befördern. Gut. Dann bleibt mir ja jetzt nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Tatsächlich das erste Mal. Okay, die Blumen kommen auch immer wieder zurück. Das heißt, die muss ich auch nicht unbedingt zerstören. So, dann gehen wir da mal rein. Ich speichere mal schnell ab. Eine Stimme kam aus den Wolken. MacGyver, wie kann ich dir helfen? Sicher. Ich werde deinen Fortschritt aufzeichnen. Ist das okay? Jo. Aufzeichnung beendet. Möchtest du weitermachen? Ja. MacGyver, du hast dich wacker geschlagen. Gib jetzt nicht auf. So, wo fang ich jetzt an? Ich fang mal am besten links oben an. Da ist nämlich das Eichhörnchen. Turbo, der Hund lebt einmal mit einem Mann namens Dr. Leo. Turbo hat ihn viele Dinge gelernt. Er hat die Äste der Bäume benutzt, um etwas zu machen, das man Floß nennt. Ja, okay, jetzt wiederholt er das Ganze nochmal. Das heißt, wir sollten einen Hund namens Turbo finden. Denn der könnte uns ja weiterhelfen. Wir haben ja gerade eben Flöße kennengelernt. Dies ist ein Restaurant. Möchtest du die Karte sehen? Ja. Wunderbar, unser Tagesmenü besteht aus... Dir? Ich habe nur Spaß gemacht. Sei bitte nicht beleidigt. Dieses Restaurant ist bekannt für sein köstliches Essen und seine Fruchtsäfte. Wiederholst du das Ganze? Ja, okay. Nein, eigentlich wollte ich die Karte nicht mehr sehen. Ja. Okay. Ja, ja, ich... Ich habe es kapiert. Gehen wir doch mal zum nächsten Hund. Ich kann nicht was am Geruch erkennen. Na gut, lass mich an die Arbeit gehen. Wo gehst du denn hin? Ich kann jetzt... Ja, okay. Ich folge dem jetzt einfach mal. Nein, nicht nur mal. Okay. Jetzt nicht mehr den Knopf drücken. Von rechts rieche ich frische Luft. Von unten rieche ich einen Maulwurf. Was ist das für Geruch? Ich rieche etwas Seltsames aus der oberen Richtung. Es ist hier irgendwo. Ich rieche etwas wirklich Sonderbares. Hier ist eine Toilette. Oh, dies ist unser Badezimmer. Danke, dass du mit mir gelaufen bist. Ich werde dir ein Geheimnis erzählen. Ich kann eine Rüstung nördlich von ihr riechen. Okay, die will ich auch. Als nächstes mal geht es zum Eichhörnchen. Ich muss einen Spaziergang machen, um etwas abzunehmen. Oh, ich stehe dir im Weg. Okay. Achso, du läufst mit mir mit. Redest du auch mit? Warum ich sie folge? Ich bin nur ein Spor zu voll. Dann lauf mir einfach hinterher. Gut, in diese Maulwurfslöcher gehe ich mal noch nicht rein. Ich erkunde erstmal hier alles hier oben. Ach, nehmen wir mal das Baumchen da. Achso. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Hallo, ich bin ein Mitglied des berühmten Woodson Trios. Normalerweise haben wir hier immer eine Show laufen, aber ich kann meine Partner nicht finden. Ja, einer steht direkt neben dir. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie noch was anderes sagen, deswegen gucke ich da nochmal nach. Ich bin Alex, der Boss des Woodson Trios. Unsere Show ist wirklich aufregend. Schön, das glaube ich dir jetzt mal. Auch wenn ich davon noch nichts gesehen habe. Gehen wir doch mal zu dem Eichhörnchen da drin. Ja, ich rieche köstliche Samenkörner. Körner. Körner. Ne, du hast welche, nicht wahr? Äh, ja. Moment. Wo sind die? Da. Ich biete dir dieses Schwert im Austausch gegen die Samenkörner. MacGyver hielt das Psycho-Schwert. Nehmen wir das doch mal. Das ist auf jeden Fall mal um eins stärker. Lähmung für starke Monster. Sehr schön. Was haben wir da oben? Kann ich da irgendwie noch was mitnehmen oder so? Nö. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder nach draußen. Das Trios hatten wir, dann haben wir da den Vogel. Rede bitte Baumstumpf und höre ihm gut zu. Hier ist Greenwood. Dieses Land wurde von einem Hund namens Turbo errichtet. Er hat diese Stadt erschaffen, um den Tieren einen Platz in Sicherheit zu geben. Okay. Dann haben wir noch nen Hund. Komm bitte mit mir. Ja. Okay, los geht's. Ja, wo willst du denn hin? Die Insel da drüben ist ein Friedhof. Mein Zöllingsbruder hält das Wache. Okay. Ach, das ist jetzt der Tourguide quasi durch das... Dies ist das Grüne Theater. Eine Gruppe der uns putzt in Rio. Das sind sowas wie die Lokalhelden hier. Danke, dass du mit mir spazieren gegangen bist. Oh, und noch eine Sache. Wir Tiere reden nicht nur mit unseren Stimmen, sondern auch mit unseren Körpern. Wenn ich mich so bewege und mit dem Schwanz wedle, heißt das Danke. Hast du das schon gewusst? Äh, nö. Wenn du einen bestimmten Maulwurf findest, kannst du im Dunkeln sehen. Sprich am besten mit allen Maulwürfen. Ja, das werde ich machen. Zunächst mal möchte ich aber hier erkunden, was hier so abgeht. Wo oder was auch immer Lost-Zeit ist, werden wir vermutlich noch rausfinden. Da kommt ein Vögelchen. Wir sagen den Bäumen, was ihnen in der Gegend passiert und dafür geben sie uns Futter. Ich werde es eine Art Nutzen dieser Freundschaft nennen. Gut. Kann ich mit dem Krokodil reden? Wer bist du? Versuchst du über mich drüber zu laufen? Ja, du hast Nerven. Okay, aber tu mir nicht weh. Puh, das war knapp. So, kann ich auch mit dir reden? Soll ich mit dir reden? Nö. Wen haben wir denn hier? Ich bewache den Friedhof. Ich höre jemanden schnarchen, kann aber nicht genau die Richtung feststellen. Da? Hund? Da? Okay. Traumstab. MacGyver berührt den kleinen Vogel mit dem Traumstab. Turbo weigerte sich, sein Leben dem bösen Death-Toll zu opfern. Er kämpfte gegen Death-Toll, um Greenwood und alle Tiere zu retten. Aber er niederlag. Ach, das ist ein Vogel. Dann hat er halt eine tiefe Stimme. MacGyver, gehe zum Tempel des Lichts und befreie den Wächter des Waldes. Du wirst das finden, wonach du suchst. Es gibt da einen Vogel namens Tiki, der dir vielleicht erzählt, wie man das Floß benutzt. Du musst Greenwood jetzt beschützen, nachdem ich weg bin. Kann ich auch noch da oben hin? Finde ich da auch noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Nö, anscheinend nicht. Turbo, warte! So, ich lege zuerst mal den Traumstab ab. Nicht, dass ich da nochmal in den Traum reingehe. Die Flöße werden nur die Bewohner von Greenwood tragen. Wenn du uns etwas bringst, was einmal Turbo gehört hat, helfen wir dir vielleicht. Man hat ein paar Blätter von Greenwood zusammen mit Turbo begraben. Hier liegt Turbo, der Bauer von Greenwood. Achso, kann ich da auch noch was lesen? Nö, kann ich nicht. Gut, da oben hin kann ich nicht. Dann sehen wir doch mal nach links, ob ich da noch irgendwie weiterkomme. Nö, kann ich nicht. Dann gehe ich also zuerst mal hier in die Dingsrein. Ah! Buh! Ach komm schon, hab ich dich nicht ein wenig erschreckt? Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, da haben wir einen Baumstumpf. Es gab einmal ein Floß, welches aus meinen Ästen gefertigt war. Du musst dieses Floß finden, vielleicht kann es dir helfen. Wenn du mir hilfst, den Fluss zu überqueren, werde ich dir etwas geben. Gut, da brauchen wir wohl ein Krokodil oder sowas dazu. Ja, jetzt so langsam wird es langweilig, echt. Gut, dann gehen wir mal das nächste Maulwurfloch abklappern. Das wäre das hier. Ah ja, da haben wir den. Ich will immer in der Erde und manchmal finde ich richtig seltsame Sachen. Ich habe gerade dort rechts unten ein paar Hundeknochen ausgegraben. Ich habe mich erschreckt und sie wieder vergraben. Okay, dann muss ich ja da unten rechts irgendwo Hundeknochen finden können. Vielleicht hier irgendwo? Nö. Da nicht. Gut, hier war anscheinend nichts. Gut, bis jetzt. Bis zum nächsten Mal.